Ganz herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 66 vom 15. September 2017, neun Tage vor der Bundestagswahl. Ganz herzlich willkommen auch den neuen Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt hier sich so zum ersten Mal oder zum zweiten Mal reintunen in die Lage. Wir fassen hier am Ende der Woche das politische Geschehen hierzulande und manchmal auch im Ausland zusammen versehen das Ganze mit ein bisschen persönlichen Eindrücken und etwas Meinung und hoffen, dass wir euch damit ein bisschen unterhalten und im Leben voranbringen. Wir, das bin ich, Philipp Banzer und Ulf Brummer. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr dabei seid und wir stürzen uns mitten hinein in die Diskussionen. Philipp hat es gerade schon gesagt, wir sind am Tag neun vor der Bundestagswahl heute, wo wir hier zusammensitzen. Langsam wird es spannend, Philipp. Langsam wird es spannend, wir haben in der letzten Woche ja schon so ein bisschen die große Schlachtordnung dargestellt, aber es scheint sich doch noch so ein bisschen was zu verschieben sogar. Ja, also das Bruns ist ja jetzt mittlerweile fast das Rennen um Platz drei, weil das mittlerweile, glaube ich, wenig umstritten ist, dass die CDU und CSU da die größte und stärkste Fraktion werden wird im neuen Bundestag und auch die Bundeskanzlerin stellen wird. Weiß nicht, was da noch passieren soll. Jetzt hat die ARD einen Deutschlandtrend rausgebracht. Das ist eine Umfrage von Infratest DIMAP, die, glaube ich, gestern oder heute erschienen ist. Das weiß ich gerade nicht. Relativ frisch jedenfalls. Und danach bekommt die CDU, CSU auf 37 Prozent. Ja, keine Überraschung. Die Grünen kommen danach nur noch auf 7,5 Prozent. Die fangen langsam so ein bisschen an, glaube ich, sich Gedanken zu machen. Das kann man so sagen. Weil das ist, das muss man dazu sagen, das sagen auch die Wahlforscher, diese Ergebnisse, das sind keine, die Kommazahlen, die täuschen eine Genauigkeit vor, die da nicht drin steckt. Das kann plus, minus zwei, drei Prozent sind da immer drin. Und das muss man sich mal überlegen. Wir haben in Deutschland eben eine Fünf-Prozent-Hürde. Was bedeutet, dass eine Partei, die nicht zumindest fünf Prozent der Zweitstimmen erringt, bundesweit im Deutschen Bundestag im Prinzip nicht vertreten ist. Es gibt Ausnahmen, nämlich wenn eine Partei ein Direktmandat erringt, also ein Kandidat einer Partei, dann wird ihm das natürlich nicht dann weggenommen, wenn er mit einmal, wenn seine Partei nicht diese Fünf-Prozent-Hürde überspringt. Aber im Prinzip gilt die. Und da könnte es für die Grünen wirklich eng werden. Aber wie gesagt, noch gehen wir mal davon aus, dass sie es in den Bundestag schaffen. Aber klar, wenn man jetzt von diesen 7,5 Prozent im Geiste mal die drei Prozent Schwankungsbreite abzüge, dann wäre man bei vier Komma noch was. Und das würde halt nicht sein. Das wäre nicht gut. Das wäre das Schicksal, das die FDP erleben musste bei der letzten Bundestagswahl 2013, als sie mit vier Komma knapp nicht mehr in den Bundestag einziehen konnte. Das muss nicht schlecht sein für eine Partei. Das ist natürlich super frustrierend und so. Aber es wird ja jetzt auch immer geklagt, dass es der Erneuerungsprozess innerhalb der Parteien so schleppend vorangeht und eigentlich kaum irgendwie möglich zu sein scheint. Und was das auf jeden Fall beschleunigt ist, raus aus dem Bundestag. Ich glaube, da wird sich so einiges dann bei diesen Parteien erneuern. Und den Grünen könnte das auch gut tun. Das Rennen um Platz drei, das ist besonders eng zwischen den Linken, jetzt mit neun Prozent nach dieser Umfrage, FDP 9,5 und die AfD mit satten zwölf Prozent. Und das sage ich nur, danke SPD. Danke SPD und zwar deswegen, weil die SPD nämlich abgestürzt ist. Das heißt also, wir wissen jetzt nicht, es gibt da keine Wählerwanderungsanalyse, aber rechnerisch muss man sagen, hat die SPD genau die Prozente abgegeben, die die AfD jetzt gewonnen hat. Ja, und wenn du dir diese ganzen Trends mal anguckst, wo das so hingeht, dann siehst du in den letzten Wochen, dass SPD und CDU ein bisschen nach unten knicken und diese kleineren Parteien nach oben gehen, vor allen Dingen die AfD. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass das wahrgenommen wird wie, ist eh alles eine Soße, sind sich eh alle einig, machen eh alle weiter wie bisher und dann kriegen solche Parteien, solche Protestparteien wie die AfD, wo es dann heißt, ja irgendwas ist mal anders, die hauen wenigstens mal drauf, da gehen die Leute dann hin. Ich meine, das war ja auch unsere Kritik an der Kanzlerrunde Anfang September im Fernsehen, also dem Duell der beiden Kanzlerkandidaten Angela Merkel und Martin Schulz von der SPD, dass dort eben gerade keine hinreichenden Akzente gesetzt werden konnten, dass da diese Abgrenzung des Kandidaten, des Herausforderers von der Amtsinhaberin letztlich nicht gelungen ist. Und das kann natürlich durchaus diesen Eindruck bestärken, es ist im Grunde eh völlig wurscht, wer da oben Kanzler ist und wirklich was anderes, wirklich eine Alternative sei nur die AfD. Das scheint jedenfalls doch eine Minderheit natürlich, aber eine doch ganz signifikante Minderheit der Wählerinnen und Wähler in Deutschland zu überzeugen. Genau und nur damit man nochmal weiß, wen man da wählt, dafür sorgt auch die AfD, Alexander Gauland, einer der beiden Spitzenkandidaten für den Bundestag, hat am 2. September schon, vor drei Wochen, aber es kam jetzt irgendwie hoch, eine Küffhäuser, bei einem Küffhäusertreffen, das ist so ein bisschen ein etwas revolutionistisches Treffen, eine kleine Rede gehalten und BuzzFeed hat darüber jetzt gerade berichtet und Alexander Gauland sagte dort dies. Man muss uns diese zwölf Jahre jetzt nicht mehr vorhalten, sie betreffen unsere Identität heute nicht mehr und das sprechen wir auch aus. Wenn die Franzosen zu Recht stolz auf ihren Kaiser sind und die Briten auf Nelson und Churchill, haben wir das Recht stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Absolut. Kann man nur stolz drauf sein auf 60 Millionen Tote in den Holocaust und wer sich ein bisschen mal den Ostfeldzug der deutschen Wehrmacht angeguckt hat, glaube ich, dem wird der Stolz relativ schnell vergehen. Hoffe ich doch, denke ich doch. Alexander Gauland, man kann sich kaum vorstellen, dass er das ernst meint, aber das sind halt diese Provokationen, mit denen man natürlich auch hier dann Aufmerksamkeit kriegt, einen O-Ton kriegt und Leute, die den Etablierten mal was auf den Helm geben wollen, fühlen sich da dann, sollen sich da richtig aufgerufen. Ja, ich meine, das ist ja die Strategie der AfD, die wir auch in der Lage schon verschiedentlich besprochen haben, es wird irgendwas gesagt, was eigentlich undenkbar oder unsagbar jedenfalls schien in Deutschland, was sich außerhalb des bisherigen demokratischen Diskurses stellt, wobei man natürlich in diesem Fall dazu sagen muss, wie soll ich sagen, eine kritische Distanz zur deutschen Wehrmacht ist eine Errungenschaft der 90er Jahre. Also auch in der Union galt jedenfalls bis tief in die 80er Jahre hinein die Wehrmacht immer noch als eine heldenhafte Armee. Ich erinnere mir nur an die Rede von Weizsäcker, ich meine, es war 1984, bin ich ganz sicher, jedenfalls zu einem, genau zu einem, ja genau, oder war es 85, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann sie war, jedenfalls Mitte der 80er Jahre hat Richard von Weizsäcker eine Rede gehalten zu einem Gedenktag für den Zweiten Weltkrieg und hat die Niederlage im Zweiten Weltkrieg als einen Tag der Befreiung bezeichnet. Immerhin Richard von Weizsäcker, der ja CDU-Politiker war und das hat damals für einen Skandal gesorgt, weil jedenfalls die konservativeren Kreise in der CDU Mitte der 80er Jahre das eben noch als eine Niederlage wahrgenommen haben und nicht als die Befreiung vom Faschismus, die es ja zum Beispiel nach der offiziellen Doktrin in der DDR war und also jedenfalls nach meiner Wahrnehmung war selbstverständlich die Niederlage im Zweiten Krieg eine Befreiung vom Faschismus und von der Diktatur und vom Unrechtsregime der Nazis. Aber wie gesagt, das war bis in die 80er durchaus nicht Konsens. Insofern muss man sagen, in diesem Fall würde ich die Aufregung so ein ganz kleines bisschen relativieren, was diesen Punkt Wehrmacht angeht. Wie gesagt, weil das eine relativ neue Errungenschaft ist. Klar, die AfD stellt sich so ein bisschen gegen den heutigen demokratischen Konsens oder den heutigen Konsens in der Geschichtsschreibung in Deutschland oder vielleicht auch so einfach im Rückblick in unserer Gesellschaft. Aber das ist jetzt nichts völlig Neues. Viel problematischer finde ich den Satz, der in dem O-Ton direkt davor kommt, nämlich, dass man sich diese zwölf Jahre Nazi-Herrschaft heute im Grunde nicht mehr vorrechnen lassen muss. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist natürlich extrem gefährlich. Als erstes kommt das Vergessen und dann kommt im zweiten Schritt dann nämlich das Wiederholen. Das ist ja genau das Problem. Wer die Geschichte nicht kennt, der ist quasi verdammt, sie zu wiederholen. Und deswegen ist das in revisionistischen Kreisen eben gerade so beliebt, zuallererst mal die Verbrechen der Nazis und letztlich die Verbrechen des deutschen Volkes unter der nationalsozialistischen Herrschaft kleinzureden und zu vergessen, um dann im zweiten Schritt eben vielleicht die Abwehrkräfte gegen den Faschismus in Deutschland zu schwächen. Und das ist eigentlich der Satz, der aus meiner Sicht viel verrätenrischer ist. Ja, Wehrmacht hin oder her. Wie gesagt, die Wehrmacht hat einen verbrecherischen Vernichtungskrieg, führt insbesondere durch den Überfall auf die Sowjetunion, aber natürlich auch an anderen Fronten. Das ist alles richtig, aber wie gesagt, viel schlimmer finde ich diese Relativierung gegenüber der Nazi-Herrschaft. Ja, Alice Weidel haben wir ja auch schon manchmal drüber geredet. Die ist ja letztes Mal verschwiegen aus dieser ZDF-Sendung rausgerannt. Meiner Meinung nach völlig geplant und kalkuliert, weil dann auch relativ kurz danach eine Presseerklärung der AfD kam, wo schon klar ist, dass das vorher geplant war und man sich angeguckt hat, war auch völlig unmotiviert. Es gab eigentlich keinen wirklichen Anlass, da diese Runde zu verlassen, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Und das war ziemlich durchschaubar und ja genau. Man muss sich vor Augen halten, wenn da 10, 11, 12 Prozent AfD kriegen, dann sitzen da 70, 80 Abgeordnete im Bundestag. Und die haben natürlich alle, die kriegen alle selber mal persönlich eine ganze Menge Geld, die haben aber alle auch Geld für Mitarbeiter. Das heißt, man zieht sich da so eine braune Fraktion mit insgesamt 200, 300 Leuten heran, die natürlich alle besoldet werden, die hier in Berlin rumrennen, die dann natürlich, die dann wiederum damit die Herrschaft der AfD fördern können, verfestigen können, die dann einfach noch mehr faschistische Strukturen aufbauen können. Also das ist schon wirklich besorgniserregend. Dazu fand ich noch ganz interessant einen Rant, den ich gelesen habe, also quasi einen wütenden Kommentar von Martin Kaul, Redakteur der Taz, der Tageszeitung hier in Berlin, der sich insbesondere auseinandergesetzt hat mit Menschen, die sogenannte Spaßparteien wählen. Also hier in Berlin zum Beispiel hat die Partei, die die Partei heißt, relativ lustige Plakate geklebt. Ich habe auch schon einigermaßen geschmunzelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die machen einen ziemlich quasi coolen Wahlkampf, aber man muss ganz klar sagen, die Partei wird ganz sicher nicht in den Bundestag einziehen. Das heißt, jede Stimme für die Partei ist eine verlorene Stimme. Aber man könnte natürlich mit den Stimmen für die Partei auch stattdessen demokratische Parteien wählen und damit quasi das demokratische Gegengewicht gegenüber der ja wohl zu erwartenden AfD-Fraktion stärken. Und insofern, Martin Kaul sagt nur in seinem Kommentar sinngemäß, ist völlig unverantwortlich, solche Spaßparteien zu wählen. Jetzt geht es drum, denn irgendwann werden wir mal gefragt werden, was hast denn du eigentlich gewählt, als zum ersten Mal seit 1945 die Nazis in ein deutsches Parlament eingezogen sind. Was hast du denn eigentlich gewählt, damals 2017, als die AfD vor der Tür stand? Und das muss man sich vor Augen halten. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die AfD in Landesparlamenten sitzt. Ja, ich meine, sie sind ja mittlerweile auch fast zwei Hände voll mittlerweile. Aber das ist noch nie passiert, dass eine rechtspopulistische Partei im deutschen Bundestag sitzt. Nee, es sah in den 60ern mal so aus, als wenn es die NPD schaffen würde, ist dann aber knapp gescheitert. Also das muss man sich schon überlegen, in dem Reichstag, von dem aus quasi die Vernichtung Europas geplant wurde, in dem Reichstag, in dem unter anderem das Ermächtigungsgesetz beschlossen wurde, dass also Hitler diktatorische Vormachten gegeben hat und so weiter und so weiter. Also an diesem historisch wahrlich belasteten Ort werden jetzt also erstmals wieder faschistische Abgeordnete ihren Platz einnehmen. Und das finde ich persönlich wirklich dramatisch. Genau, ein Grund dafür dürften auch diese sogenannten unentschiedenen Unwechselwähler sein, auf die natürlich jetzt alle schielen. An sich ist das ja ein gutes Ding, würde ich mal sagen. Alle werden immer von diesen Wahlforschern so, ja, als Ursache dieser ganzen Ungenauigkeiten betrachtet und dieser Unkalkulierbarkeit des politischen Systems. Aber ich finde es ja eigentlich ziemlich gut, dass Leute flexibel sind bei der Wahl und nicht immer dasselbe wählen, weil Opa hat es auch gewählt und ich habe es auch schon seit 30 Jahren gewählt und deswegen wähle ich jetzt wieder CDU, SPD oder wie auch immer. Ich finde das ja eigentlich ein gutes Ding, so eine, sagen wir mal, so eine Mobilität, was diese Wahlen angeht. Genau, weil auch um den Punkt noch kurz weiterzuführen, Philipp, weil also Wechselwähler sind gut, insbesondere weil auch Wechsel gut ist. Also der Wechsel gehört ja zur Demokratie wie etwas abgedroschenes Bild, das Salz in die Suppe. Denn letztlich ist ja die Möglichkeit mit demokratischen Mitteln einen Wechsel der Verhältnisse herbeizuführen, Wechsel des Personals, Wechsel der politischen Agenda, ist ja im Grunde, was die Demokratie so lebenswert macht. Dass man eben als Wählerin oder als Wähler den Eindruck hat, wenn ich meine Stimme abgebe und dann mit einer bestimmten Partei zur Mehrheit verschaffe oder jedenfalls zu einem Platz in der Koalition, dann nehme ich konkret Einfluss auf die Geschicke in unserem Land. Also die Möglichkeit mit demokratischen Mitteln einen Wechsel herbeizuführen, ist ganz zentral für die Demokratie. Und da muss man natürlich sagen, eine große Koalition hebt diese Möglichkeit sehr weitgehend auf. Das ist wirklich so das Valium letztlich für die Demokratie, weil man einfach das Gefühl hat, es ändert sich ja, man kann eh nichts mehr ändern, weil die werden sich wieder zusammentun. Ja, vor allen Dingen, und da schwillt mir echter Kamm, wenn ich an diese SPD denke. Gut, große Koalition und sie haben wirklich viel verraten von ihren Werten. Aber wenigstens jetzt müssten sie sich hinstellen und ein Alternativmodell anbieten. Wenigstens jetzt. Und sie tun es nicht. Sie kriegen es nicht hin, zu Merkel irgendwie eine wirklich plausible andere Variante der Politik zu kreieren. Funktioniert nicht. So, und das ist einfach ein riesen Fail. Ja, wir hatten da auch ganz eine interessante Diskussion in den Kommentaren. Übrigens bei dieser Gelegenheit ganz herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die ihre Gedanken da nochmal niedergelegt haben. Wirklich, wie ich fand, super spannende Diskussion. Ich glaube fast 130 Beiträge diese Woche. Es ist richtig losgegangen da in den Kommentaren. Da meinte nämlich auch einige Kommentatoren, das eigentliche Problem ist bei der SPD-Strategie, dass sie sich von der Großen Koalition nicht klar abgegrenzt haben. Und mal ganz ehrlich, warum soll man, wenn man jetzt der SPD zuneigt oder generell vielleicht linken Thesen zuneigt, warum soll man der SPD wählen und damit im Grunde dieses Elend der Großen Koalition fortsetzen? Wenn man jetzt irgendwie links tickt. Also Stichwort Mobilisierung. Wenn man also möchte, dass es im Zweifel vielleicht ein ganz bisschen progressiver, ein ganz bisschen sozialer zum Beispiel zugeht oder auch ein bisschen ökologischer, ein bisschen, keine Ahnung, sozialer. Mehr Bürgerrechte beispielsweise. Oder ein bisschen pazifistischer, genau, mehr Bürgerrechte. Wenn man all diese Dinge will, warum soll man dann SPD wählen, wo sich Martin Schulz nie klar abgegrenzt hat von der Großen Koalition? Klar, da muss man natürlich sehen, die sind alle gebrannte Kinder, weil jedenfalls die herrschende Meinung in der SPD ja ist, die Saarlandwahl im Frühjahr sei verloren gegangen, weil man zu offensichtlich irgendwie geflirtet habe mit der Linken und zu offensichtlich die Alternative Rot-Rot-Grün im Saarland quasi in den Raum gestellt hat und deswegen habe man da die Wahl verloren. Ob diese Analyse zutrifft, ich halte das für überhaupt nicht plausibel, aber das ist quasi in der SPD die herrschende Meinung und deswegen herrscht nackte Panik, quasi offensiv einen Linkswahlkampf zu machen und zu sagen, wir wollen Rot-Rot-Grün, damit so viele innerhalb der Partei wohl, also ich weiß es nicht aus Insiderkreisen, ich weiß es auch nur aus der Presse, damit treibe man die Menschen der CDU in die Arme, so wie im Saarland und deswegen grenzt man sich nicht von der Großen Koalition ab, nur wie gesagt, das ist natürlich ein absoluter Schlaftrunk, warum soll ich dann eigentlich SPD wählen? Ja, vor allem funktioniert es ja auch 0,0. Funktioniert 0,0. Dieser Parkkampf funktioniert auch nicht. 0,0. Also wenn die sich hingestellt hätten und gesagt hätten, wir wollen Rot-Rot-Grün, das ist unser Ding, das ist unsere Mission, irgendwie, ja. Zwölf Jahre reichen. Zwölf Jahre reichen, wir wollen Rot-Rot-Grün. Ich glaube nicht, also ich weiß es ja so, vom Gefühl her würde ich sagen, also mehr als 20 hätten sie wahrscheinlich schon gekriegt. Bin ich mir relativ sicher. So. Bin ich mir relativ sicher. Zumindest hätte es, wenn jetzt die Umfragen nicht so gelaufen wären, so mies wie jetzt, das hat natürlich auch nochmal irgendwie einen demobilisierenden Effekt, wenn man jetzt irgendwie so als SPD oder Grün oder linksnahesteher den Eindruck hat, hm, ja, das ist natürlich nicht gerade mobilisierend. Aber gehen wir mal davon aus, es wäre nicht ganz so dumm gelaufen mit den Umfragen, dann, und es wäre sogar sowas wie eine Wechselstimmung aufgekommen oder es wäre zumindest klar geworden, es wird knapp, ja. Ich meine, dann hätte es doch klappen können. Und ich denke, das, was jetzt gelaufen ist, war in diesem Ausmaß vielleicht nicht vorherzusehen, aber naja, also kurz und gut, es wird nochmal spannend, das hat Philipp eingangs gesagt, beim Kampf quasi um Platz 3, wird es eher, wird Platz 3 der AfD zukommen, der FDP oder dritte theoretische Option, etwas weniger wahrscheinlich der Linken, wir werden sehen. Dann gibt es wirklich als kurzen Hinweis zwei Hinweise, so wer sich nochmal mit der Wahl beschäftigen will und gerade was diese Wechselwähler angeht, wer sich das wirklich nochmal visuell vor Augen führen will, gibt es beim Tagesspiegel, beim Berliner Tagesspiegel, Link in den Shownotes, Tagesspiegel.de, nee, Wahlpunkt Tagesspiegel.de slash 2017 slash Karten slash Berlin, da gibt es eine wunderschöne Grafik, wo man das wirklich mal sehen kann, da hat man rechts einen Slider. Das ist toll gemacht. Und da kann man von 2000 oder 1900 quietsch bis 2013 durchscrollen, wie Berlin gewählt hat und Berlin verfärbt sich, je nach Wahl, je nach Jahr. Das ist total spannend. Da sieht man wirklich hier im Pankow hier oben auch wirklich, das ist wirklich von Rot zu Schwarz, von Schwarz zu Rot zu Grün, das ist wirklich so, ja, mal so, mal so, mal so. Der zweite Hinweis, der auch ganz interessant als alternative Wahlprognose kam auch von einem Hörer reingereicht, zweitstimme.org. Da sind Wissenschaftler aus Mannheim, Zürich und Berlin, glaube ich, am Werk und werten so, einerseits haben sie ihre strukturellen Modelle, also historische Wahlausgänge, aber eben auch aktuelle Umfragen, die sie da so zusammenrühren und ihre eigenen Prognose draus basteln, aber sie haben eben auch sowas wie so ein bisschen erklärende Elemente. Also sie erklären beispielsweise, es handelt sich ja immer nur um Wahrscheinlichkeiten, dass bestimmte Parteien so viele Punkte kriegen oder dass bestimmte Koalitionen eintreten und sie machen dann auch so Analogien, 70% Wahrscheinlichkeit, ja, was ist denn das eigentlich? Oder 75, ja, wenn man eine Münze wirft und zweimal Kopf kommt oder die Wahrscheinlichkeit, dass man zweimal einen Kopf wirft, ist dann bei 75% sowas ähnliches. Also das wird so ein bisschen anschaulicher gemacht. Das ist so ein bisschen sowas ähnliches wie 537 in Amerika, oder wie heißt die Seite nochmal? Ja, ich weiß nicht, 538 oder so. Irgendwie von Nate Silver, ich kann mir diese Zahl auch nie merken. Genau, auf jeden Fall, bei der Wahl in Amerika war das nämlich so, dass da eine Website versucht hat, so die verschiedenen Umfragen, die es gab, zu aggregieren, und da wiederum noch mit eigenen Algorithmen so eine Art Metaprognose draus zu basteln und so ähnlich scheint mir doch zweitstimme.org zu funktionieren. Also ein bisschen, ich weiß nicht, wie avanciert das ist, ich finde nur ganz interessant, also es machen offensichtlich Wissenschaftler, das ist jetzt schon wahrscheinlich auch ein bisschen fundiert und sie rechnen halt auch aus, wie wahrscheinlich es ist, dass bestimmte Koalitionen zustande kommen werden. Oder möglich sind. Ob sie zustande kommen, muss man sagen, das entscheiden ja Politiker. Aber Möglichkeit, so und da ist halt große Koalition, die wird funktionieren, so oder so, aber die Koalition, die mit am wahrscheinlichsten ist, dass sie machbar ist, ist eben die Jamaika-Koalition. Also aus CDU, FDP und Grün. Und da ist es dann natürlich auch schon interessant für die Grünen, werden sie Merkel wählen? Also werden dann grüne Abgeordnete im Bundestag sitzen und Merkel nochmal zur Kanzlerin machen? Ups. Da kommt es dann nämlich zum Spur. Da kommt es wirklich zum Spur. Da haben wir nachher noch einen schönen Beitrag. Also das nochmal als Hinweis, das fand ich irgendwie so ganz hübsch gemacht. Kommen wir mal zu einer Sache, die wir euch versprochen haben, nämlich diese Wahlprogramme. Wir haben ja immer gesagt, wir gucken uns die mal an und fassen die mal zusammen und wir kommen damit jetzt auch deshalb relativ spät um die Ecke, weil es einfach eine unfassbare Arbeit ist, von der ich nicht weiß, wir haben angefangen, das SPD-Programm zum Beispiel zu lesen, 115 Seiten. Und dann habe ich mich gefragt, wie zum Henker wollen wir das denn irgendwie halbwegs brauchbar präsentieren? In einem Podcast. In einem Podcast. Mündlich. Vor allen Dingen nicht nur SPD, sondern ja CDU, FDP, Grüne, AfD. Wie will man das irgendwie vernünftig präsentieren, sodass ihr damit irgendwas anfangen könnt, dass es irgendeinen Mehrwert gibt. Und dazu hatten wir uns eigentlich überlegt, wir machen das vielleicht so nach Themenblöcken, hat man uns das auch aufgeteilt, wer macht welchen Themenblock. Aber was uns dann aufgefallen ist, bei dieser Recherche, die dauert ewig, das muss man ganz klar sagen, das sind unglaublich viele kleinteilige Fakten, aus denen insbesondere dann, wenn man das mündlich, sprachlich vorstellt, sich überhaupt kein Bild ergibt. Also wir sind zu dem Ergebnis gekommen, eine solche Analyse der Wahlprogramme macht jedenfalls in einem Podcast-Format keinen Sinn. Keinen Sinn. Ich habe aber auch Zusammenfassungen gelesen und so. Und Heise haben das ja auch versucht. Genau. Und hier schlafen die Füße ein. Und ich denke, ich kann damit nichts anfangen, das bringt mir nicht. Selbst diese wirklich rührselige Arbeit von den Kollegen, das irgendwie kohärent darzustellen, das funktioniert für mich nicht als Wahlinformation. So. Und deswegen haben wir überlegt, okay, wie gehen wir das vor? Wie kann man das irgendwie machen? Und dann sind wir zu folgender, sagen wir mal, Strategie gekommen, die ehrlich gesagt ja auch ich anwende zum Beispiel. Ja. Muss ich gestehen, habe ich auch so gemacht. Und das ja auch viele machen. Und die sieht wie folgt aus. Ihr nehmt euch ein Wahl-O-Mat. Der Wahl-O-Mat gibt es mehrere. Ja, also es gibt generelle und spezifische. Es gibt, würde ich sagen, zwei generelle, die sozusagen den Anspruch haben, so alle Themenbereiche abzubilden. Das ist einmal der Wahl-O-Mat, den viele kennen von der Bundeszentrale für politische Bildung mit Spiegel Online. Das ist überall kursiert. Und dann gibt es das Wahl-Navi, heißt das Ding, glaube ich. Ja, Wahl-Navi.de von RTL. So. Die funktionieren ähnlich, sind ein bisschen anders gelagert. Bei einem sind 30 Fragen, bei einem, glaube ich, 37 oder 36 Fragen. Bei RTL ist die Auswertung ein bisschen, sagen wir mal, vielseitiger, aber dafür auch ein bisschen unübersichtlicher und so. Die haben alle ihre Schwächen, also Wahl-O-Mat von der Bundeszentrale beispielsweise. Digitalisierung gibt es da nicht. Also findet nicht statt. Das finde ich zum Beispiel total irritierend. Also der Wahl-O-Mat, ich habe den natürlich auch wieder gemacht und ich muss gestehen, das Ergebnis ist irgendwie für mich jetzt nicht wahnsinnig überraschend gewesen. Ich würde sagen, jedenfalls was meine Person angeht und meine politischen Präferenzen, ist dieses Ergebnis plausibel. Aber ich bin völlig bei dir, die Themenauswahl ist so ein bisschen merkwürdig. Also vielleicht sind es, wenn man ehrlich ist, einfach ein paar Fragen zu wenig. Ich hätte mir gewünscht, dass sie so ein paar Politikfelder noch weiter mit abdecken. Genau, also ich habe dann auch so ein paar gemacht, so meine erste Wahl ist so eine App, gibt es für iOS und Android. Die hatten dann 421 Fragen. Okay, das ist vielleicht ein bisschen feindlich. Mit Plakaten und Bilder und wie findest du den und Like und wie ist der sympathisch oder nicht sympathisch, ist so an Jugendliche gewendet. Aber da verlangen die von den Jugendlichen eine größere Aufmerksamkeitsspanne, als viele Wissenschaftler sie glaube ich haben. Das funktioniert nicht. Also RTL fand ich auch brauchbar, ein bisschen mehr Fragen, vielleicht ein bisschen differenzierter. Beim Wahl-O-Mat finde ich auch schwierig zum Beispiel, dass da steht, der Völkermord an den europäischen Juden soll weiterhin zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein. So als Aussagesatz. Darunter die Auswahlstimme zu, Neutralstimme nicht zu. Und das steht dann so neben, wollen wir eigentlich weiter mit Diesel um die Ecke fahren oder wollt ihr eine Mieterhöhung oder ja oder nicht. Philipp, da kann ich jetzt nur wieder das gute alte Stichwort vom Overton-Window bringen. Das Overton-Window, also quasi die Spanne der Dinge, die man legitimerweise sagen kann. Und das ist doch genau das Problem, dass die AfD mit ihren ständigen Provokationen, wir haben oben wieder ein paar zitiert, dieses Overton-Window einfach ganz dramatisch nach rechts verschoben hat. Also Dinge, wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, das ist ja krass, völlig unsagbarer Unsinn. Und das kann man jetzt eben sagen, wie diese These, die du eben eingespielt hast von Gauland, die zwölf Jahre Nazizeit, ist jetzt auch mal gut. Ist jetzt auch mal gut, Gnade der späten Geburt. Wir haben ja schließlich persönlich keine Juden mehr umgebracht. Das ist ja so, das ist ja im Grunde so der Gedanke, der mitschwingt. Und insofern verstehe ich auch, dass die Bundeszentrale darauf eingeht. Es ist eben einfach so, dass im politischen Diskurs von Parteien, die tatsächlich ein Ticket für den Bundestag anscheinend haben, diese Thesen wieder vorkommen. Dass diese Thesen irgendwie denkbar sind, jedenfalls für einen kleineren Teil unserer Bevölkerung. Und insofern verstehe ich auch, dass der Wahl-O-Mat darauf eingehen muss. Genau, also zum Ersten, also ich fand es halt auch interessant, was du sagst, insofern als, ja, das Ergebnis ist konsistent, so mit meinem, was ich mir so vorher überlegt hatte, anhand dessen, was so Politiker sagen, was ich so weiß, Programm etc., das passt. Und das ging mir bei RTL genauso, das passte auch so, Pi mal Daumen. Und dann gibt es aber noch einen kleinen anderen Ansatz, das fand ich auch ganz interessant, die haben uns auch angemeldet, deinwahl.de. Die haben so einen anderen Ansatz, während diese ersten beiden Wahl-O-Maten ja die Programme auswerten und gucken, wie fällt denn die Antwort der jeweiligen Parteien auf diese Aussage aus. Geht deinwahl.de hin und guckt, wie haben denn die Parteien oder die Fraktionen vielmehr in der letzten Wahlperiode abgestimmt. Genau, also nochmal, um da den Kontrast klar zu machen, bei der normale Wahl-O-Mat, zum Beispiel von der Bundeszentrale für politische Bildung, beruht auf den Wahlprogrammen. Das heißt also, da kann man sagen, diese These aus dem Programm finde ich gut oder nicht so gut und dann schauen die, passt das zu den Antworten der Parteien. Also ich glaube, Wahlprogramme und dann stellen sie, glaube ich, diese Fragen auch den Parteien und die Parteien sollen dann auf der Grundlage ihrer eigenen Programme selber antworten. Genau, aber es muss schon programmbasiert sein, aber die Parteien antworten selbst und deinwahl guckt sich einfach das Abstimmungsverhalten im Bundestag an und das finde ich klasse. Da sind also, die Fragen sind quasi echte Abstimmung aus dem Bundestag, teilweise sind die auch, wie soll ich sagen, so ein ganz kleines bisschen speziell und nerdig, wo man so denkt, so hey, habe ich gar nicht mitbekommen, dass darüber der Bundestag jemals entschieden hat. Aber man kann dann eben tatsächlich sehen, hey, in der Situation, wo eine bestimmte Frage zur Abstimmung steht, was wäre da deine Position und du kriegst dann eben so das Feedback, welche Partei hätte deine Thesen in der vergangenen Legislatur am besten vertreten. Ja, und schwach daran, und das habe ich denen auch geschrieben, wenig überzeugend daran finde ich, ist, dass das eben in der Vergangenheit so war und aus dieser Vergangenheit Rückschlüsse zu ziehen auf den nächsten Bundestag ist so schwierig, weil da so viele neue Faktoren mit reinkommen, ja. Da sind Koalitionen mit, da sind neue Politiker, das sind ja nicht die, die da wahrscheinlich abgestimmt haben in der Vergangenheit, die sitzen ja demnächst nicht wieder im Bundestag. Naja gut, also die Hälfte oder zwei Drittel schon. Ja, aber ich finde das ein bisschen, also ich fand es einfach interessant, ich finde es einen guten Ansatz, aber so als Wahlentscheidung, weißt du, weil da auch so viel Alltagspolitik und Kompromisse, ihr entscheidet so, wir entscheiden dann da so, das kommt da mit rein. Aber Philipp, ist denn das nicht genau der Punkt? Also jedenfalls gerade so als Sozi ist das der Standardvorwurf, den ich höre, das Programm ist super, aber in der Praxis entscheidet ihr doch ständig gegen Bürgerrechte, unsozial mit der Union. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Kritik, ja, dass leider eben im Bundestag nicht so abgestimmt wird, wie man es im Grunde ja verspricht vor der Wahl oder versprochen hat vor der Wahl, diese Kritik greift, finde ich, dein Wahl ganz wunderbar auf. Ja, aber nicht konsequent, weil du siehst dann nur, ja, so haben sie abgestimmt, aber du siehst nicht, haben sie ihr Versprechen gehalten. Achso, du meinst, das müsste jetzt auch noch passiert werden? Genau, weil das gab, gab man eine Webseite, Wahlversprechen 2013, die haben das gemacht, die sind leider 2013, ist tot, so, aber das hätte ich interessant gefunden, das habe ich denen auch geschrieben, das eben abzugleichen sozusagen, wie zuverlässig ist denn deine Partei? Ja, sie verspricht A, ja, ist natürlich mehr Arbeit, keine Frage, aber das hätte ich wirklich. Klar, das ist nochmal eine neue, das stimmt, das finde ich auch super spannend, aber trotzdem finde ich, ermöglicht dein Wahl doch zumindest zu schauen, wie hat diese Fraktion der bestimmten Partei im vergangenen Bundestag tatsächlich abgestimmt. Klar, du hast ja völlig recht, da sind natürlich Einflussfaktoren drin, wie Verzerrungen durch Koalitionsdisziplin und solche Scherze, ne, völlig richtig, aber trotzdem finde ich das sehr aussagekräftig zu schauen, wie wird denn in der Praxis tatsächlich abgestimmt, bei mir ist es ehrlich gesagt auch so gewesen, dass bei deinen Wahl was anderes rauskam, als beim Wahl-O-Mat, so, und zwar durchaus signifikant und ich weiß auch genau warum, ne, also das finde ich schon spannend. Natürlich in Bürgerrechtsfragen und in digitalen Bürgerrechtsfragen nicht so besonders standhaft geblieben. Ne, also das weiß ich gar nicht, aber die Gründe waren ganz andere, aber egal, also insofern finde ich, dein Wahl ist, wie du sagst Philipp, unterliegt bestimmten Verzerrungen, aber der normale Wahl-O-Mat unterliegt auch genauso Verzerrungen, weißt du, da ist die Verzerrung nämlich, dass man in Programmen mitunter auf gut deutsches Blau auf dem Himmel verspricht, was man dann eh nicht halt. So, also echte Abstimmung, haben wir gesagt, die behaupten, dass sie halt ihre Daten nicht frei durchs Netz schicken, sondern einfach die bei der Abstimmung auf dem Client bleiben, Open Source, so. Feine Sache. Nächste ist dann, okay, wenn man das gemacht hat, dann hat man so eine, macht man schon so eine kleine Mischkalkulation und dann nimmt man sich Themen, die einem besonders am Herzen liegen, also jeder hat ja so seine Schwerpunkte, die einem besonders wichtig sind, ja, also wie zum Beispiel Wissenschaft, ja, oder Digitalthemen, so. Und dann gehst du hin und nimmst dir dafür einen eigenen Wahl-O-Mat, Science-O-Mat beispielsweise oder Digital-O-Mat, so. Und dann guckst du da nochmal, wie schneidet denn meine Partei da, beziehungsweise mit welcher Partei habe ich denn da die größten. Ja, Digital-O-Mat hat irgendwie Wikimedia, ne? Genau, Wikimedia, CCC, die haben da mitgewirkt, so. Und so formt sich dann, weißt du, ein Bild, ja? Und das ist nicht völlig unrealistisch und einfach nur aufgrund von Image und schöner Frisur von Frau Merkel und schöner Brille von Martin Schulz. Und die Raute, ja. Und die Raute. Sondern das ist schon faktenbasiert. Und wenn dann immer noch Fragen offen sind, dann nimmst du dir ein Programm und guckst mal rein. Aber ich denke auch, die Wahl-O-Maten sind jedenfalls eine, für die 99 Prozent der Menschen, die jetzt nicht hoch, wie soll ich sagen, hauptberufliche Wahlprogrammforscher sind, ist glaube ich so, sind die verschiedenen Wahl-O-Maten einfach der Weg, um sich auf die Bundestagswahl vorzubereiten. Und wir haben uns gedacht, damit das jetzt so ein bisschen plastisch ist, da hat Philipp nämlich sich ein kleines Experiment überlegt. Wir machen nämlich jetzt mal, gemeinsam hat er mir versprochen, den Steuern- und Finanzen-Wahl-O-Mat, den steuer-o-Mat.de. Weil ein Thema war natürlich auch, ja, haben wir ja auch drüber gesprochen, wie sind denn so die Steuerkonzepte und dann hier Spitzensteuersatz darunter und dann ein bisschen da hoch. Super abstrakt. Und da gibt es halt jetzt diesen Ansatz, diese Steuer-O-Maten zu machen. Die FAZ hat das gemacht. Würde ich dir mal aufrufen, Philipp? Von der FAZ. Nimm mal von der FAZ. Ich habe es vorher überprüft. Achso, du hast schon. Ah, okay. Und es kommt immer, also das gibt es auch zwei, ich habe die mal verglichen, es kamen überall ähnliche Sachen raus, das war auch so ganz interessant. So, FATS-Steuerregner. So, habe ich auch gemacht, ja. Dann nimm doch zum Beispiel mal, nimm doch mal, also da kann man dann eingeben, Jahreseinkommen, ja, zur Versteuerung des Jahres. Nimm doch mal so was richtig schön FATSATTEs wie 100.000 Euro. Ja, da so schön wäre es, aber gut. Genau. Und dann machst du mal verheiratet, also sagst du bist so ein Splitting-Tarif. Und da steht dann sozusagen nach dem aktuellen Steuermodell muss man da pro Jahr 26.504 Euro Steuern zahlen. So, und da drunter sind sozusagen die Parteien aufgelistet, so nach dem Motto, jetzt klickst du, also klickt man noch nicht drauf, aber da drunter sind die Parteien aufgelistet und dir wird dann halt angezeigt, verglichen mit dem heutigen Steuermodell. Ja. Angenommen, das Steuermodell der Partei X würde umgesetzt, wie würdest du dastehen, würdest du was sparen oder würdest du mehr zahlen müssen, 100.000 Euro zu versteuern im Eintritt. So, jetzt rate doch mal bei 100.000 Euro, was wäre denn so deine Prognose, mit welcher Partei würde jemand, der 10.000 oder fast 10.000 Euro brutto, oder zuversteuerndes Einkommen, im Monat, was schon ganz ordentlich ist, ist verheiratet, hat so einen Splitting-Tarif, welche Partei würdest du dann fragen? Also man würde ja tippen, dass man mit der Union am besten fährt. Zum Beispiel, oder mit der FDP. Würde man so tippen, ja, oder mit der FDP, genau. Jetzt klickst du mal auf die Linke. What? Ja, die Linke, das Steuermodell der Linken ist da mit Abstand, mit großem Abstand das attraktivste Modell. Für gut verdienen. Für gut verdienen, jetzt gehst du dann, noch geiler ist es nämlich bei diesem Steuer-Oman, da kannst du nämlich noch angeben, wie viele Kinder du hast und was die Frau, beziehungsweise derjenige, diejenige verdient, die eben in dem Splitting-Modell. Das ist ja abgefahren. Jetzt gehst du mal auf den Steuer-Oman. Wieso hast du das nicht gefunden? Ja, Philips Laptop, kaputt macht die Grätsche hier irgendwie. Kaputter Link hier, Steuer-Oman. Steuer-Oman, hier, Steuer-Oman heißt das Ding. So, da gehst du mal Steuer-Oman starten. Hast du das? So, da machst du Jahresbrutto. Ich tippe das mal ein. Jahresbrutto. Ja, Bruttoeinkommen. 100.000 Euro. Weiter. Verheiratet, sag ich mal, ja. Dann machen wir so richtig schöne, gut verdienende Familie. Jahresbrutto des Partners, sag ich mal, 15.000 Euro. Ein bisschen über dem Freibetrag. Aber das ist das klassische Ding, irgendjemand in der Familie verdient richtig Kohle und der andere, die andere sitzt halt da und macht so einen Nebenjob und so. Ja, dann machst du weiter. Anzahl der Kinder, sag ich mal, eins. Ja. So, wer ist so? Herausgefunden, mit der Linken ist die Partei, bei der schaust du 5.000 Euro Steuern im Jahr. Das ist ja angefangen, mit der Linken fährt ein wirklich richtig guter Verdiener echt am besten. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Das ist echt cool. Und wenn du das nämlich noch mehr machst, auf 120, wo es dann echt 10 Steine im Monat sind, alles dasselbe, ein Kind, zack, die Linke. 4.000 Euro gespart. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Philipp, bin ich total platt. Denn ich hatte doch mal gedacht, die Linke macht konsequent so eine Art Umverteilungswahlkampf. Und wo will man denn besteuern, wenn nicht bei Leuten, die, wie du so schön sagst, 10 Steine im Monat verdienen? Oder natürlich noch mehr. Noch mehr. Aber ich finde, also 10, 10, so, das ist schon, ich weiß ja, das ist so, das ist schon ordentlich Kohle, ne? Das musst du erst mal machen. Also ich weiß nicht, ob ich jemanden kenne, der, na gut. Aber wie du mal was sagst, also das ist schon, ich hatte jetzt jemals 120 und dann bei dem Partner 30.000 oder bei der Partnerin, wie auch immer. Und das ist wirklich krass. Auch da ist es so, dass man mit der Linken 2.700 Euro mehr vom, also das muss ich sagen, ist ein totaler Hammer. Und weil das ja jetzt immerhin zwei verschiedene Vergleichsrechner sind, glaube ich, dass es einfach stimmt, ne? Also da ist eine gewisse Validität da drin, da weißt du, bei diesem FAT-Steuerrechner, da kannst du halt noch nicht Kinder, das hat mich so ein bisschen misstrauisch gemacht, kannst du halt die Kinder nicht angeben und du kannst halt auch nicht sagen, was dein Partner verdient beim Splitting-Tarif und so. Aber das ist super interessant, also mit der SPD bei 100.000 zu versteuern im Jahreseinkommen, bei 100.000 würde jemand beim Verheirateten mit Splitting-Tarif 781 Euro sparen. Also das ist schon… Selbst wenn du 150 Jahreseinkommen eingestellt hast, sparst du immer noch 400 Euro. Bei den Linken? Ja. Aber ist die Linken immer noch das attraktivste Modell? Ja. Das ist doch da mal. Bei 150 Steinen, ne? Und bei 200.000 kippt's dann. Ich hab jetzt nochmal so ein paar Zahlen aufgehoben. 200.000 ist, da mit einmal setzt dann anscheinend eine massive Progression an, jedenfalls da sind es über 5000 Euro mehr als heute mit einmal. Ja. Das ist aber schon wirklich interessant. Und ich finde, diese Steuer, das ist wirklich, das sagt dir so viel mehr, als all diese Programme zu lesen und sich durchzurechnen, was man eh nicht versteht und missversteht. Und da haben sich Institute herangesetzt und haben das mal durchgerechnet und das mal so modelliert. Das ist klasse, ja. Da kann auch Fehler drin sein und so, aber dass das so völlig in die falsche Richtung geht, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, es gibt natürlich auch eine Alternative zum bestehenden Parteiensystem, die Alternative für Deutschland, ne? Die hat nämlich einfach mal gar kein Steuermodell zur Verfügung gestellt, die wissen einfach gar nicht, wie es aussehen soll. Trotz mehrerer Nachfragen heißt es da. Trotz mehrerer Nachfragen. Also das fand ich interessant. Und zwar bei beiden Seiten, ne? Bei beiden Seiten. Und um das rauszukriegen, das kannst du gar nicht. Das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Da musst du alle Steuermodelle der Partei, das macht kein Mensch. Das verstehst du auch nicht. Nein, das ist völlig unrealistisch. Aber da muss man ganz klar sagen, insofern haben wir uns letztlich entschieden, quasi mal einen Programmvergleich 2.0 zu machen, indem wir euch in der Lage nicht trocken runterbeten, was die Parteien zu den einzelnen Themen wollen, sondern wir bieten quasi die Tools, mit denen ihr das selber durchrechnen könnt. Und die Links wird der Philipp alle in die Show Notes machen. Die kommen alle in die Show Notes. Ganz herzlichen Dank. Also, ja, wie gesagt, also diese Steuernummer, das fand ich richtig super spannend. Mir ist echt der Kiefer runtergefallen. Aber wir müssen, nach diesen inhaltlichen Fragen, müssen wir noch so ein kleines bisschen über die Technik der Bundestagswahl sagen. Denn so ein Wahlsystem ist ja gar nicht so ganz einfach. Wenn dann am Wahlabend um 18 Uhr alle Stimmen abgegeben sind, dann beginnt die spannende Auszählung. Und sobald alle Stimmen ausgezählt sind, wird es nochmal richtig spannend. Denn dann muss aus diesem riesigen Zahlenwust, aus diesen Ergebnissen in Wahllokalen, in Wahlkreisen, in Ländern und letztlich im Bund berechnet werden, welche Männer und Frauen denn tatsächlich in den nächsten Bundestag einziehen. Und du hast ja, also wir haben jetzt auch viele jüngere Hörer haben wir gesehen und die vielleicht auch zum ersten oder zweiten Mal wählen. Also hast du ja, wenn du in das Wahllokal gehst oder mit der Briefwahl wählst, hast du ja zwei Stimmen, ne? Genau. Also es gibt die erste Stimme und die zweite Stimme. Genau, die erste Stimme und die zweite Stimme. Und die erste Stimme. Fangen wir mit der mal an. Da wählst du einen Direktkandidaten. Ganz genau. Wir haben in Deutschland eigentlich ein Verhältniswahlrecht. Was bedeutet, dass du im Prinzip die politischen Entscheidungen dadurch triffst, dass du das Mehrheitsverhältnis der Parteien im Bundestag bestimmst. Das geht mit der Zweitstimme. Aber das heißt also, die Zweitstimme ist die Stimme, die letztlich für die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag entscheidend ist. Das muss man immer dazu sagen. Das ist ein bisschen verwirrend. Man denkt ja, die Erststimme ist vielleicht die wichtigere. Aber für die politische Richtungsentscheidung ist die Zweitstimme die maßgebliche Stimme. Aber wir haben in Deutschland eben kein reines Verhältniswahlrecht, sondern wie man so schön sagt, ein personalisiertes Verhältniswahlrecht. Und das bedeutet, dass man durch seine Wahl auch einen gewissen Einfluss nehmen kann auf die Zusammensetzung des Bundestages. Und deswegen wählt man mit der Erststimme einen Direktkandidaten. Und das bedeutet, dass in dem Wahlkreis, in dem man wählt, 299 davon gibt es in Deutschland, derjenige Kandidat oder diejenige Kandidatin gewinnt, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen kann. Das ist also ein reines Mehrheitswahlrecht. Zum Beispiel so wie in England die Wahlkreiskandidaten auch vergeben werden. The winner takes it all. Ja, also der Direktkandidat ist einfach derjenige, der die meisten Stimmen hat. Genau, da können die anderen, und deswegen ist es halt immer so ein bisschen schwierig abzuwägen, da macht es eigentlich wenig Sinn, jemanden von so einer Minderheitenpartei zu wählen, weil das in der Regel verschenkt ist. Das ist ein bisschen traurig, aber so ist es einfach. Ja, normalerweise macht es Sinn, in fast allen Regionen Deutschlands entweder CDU oder SPD zu wählen mit der Erststimme, weil das eben die beiden großen Parteien sind. Und noch in Berlin zum Beispiel kippt das durchaus nicht. Also in Berlin-Kreuzberg, wo ich zum Beispiel wähle, hat viele Jahre Christian Ströbele von den Grünen das Direktmandat errungen. Und in dieser Bundestagswahl scheint es sehr eng zu werden zwischen den beiden Kandidaten der Grünen, also quasi der Nachfolgerin von Christian Ströbele und der SPD-Kandidatin Philipp. Dazu sagen wir später noch ein bisschen was. Die hast du nämlich mal gehört. Achso, du... Oder würdest du es hier gerne einbauen? Ja, ich muss jetzt auch nicht ewig darüber reden. Und ich will nur sagen, diese Erststimme, ja, also das Problem da ist ja, die Leute kennen die Leute nicht. Also du gehst da rein und du kennst dich ja vielleicht bestenfalls von deinem Wahlplakat, was bei dir an der Straße, an der Laterne hängt. Da hast du irgendwie eine Nase gesehen, die mehr oder weniger entspannt dir entgegen lächelt. So, und da fragt man sich ja dann schon, wenn das nicht irgendwelche Promis sind, die dauernd im Fernsehen rumlaufen, auch die sind ja zum Teil Direktkandidaten in irgendwelchen Wahlkreisen, ja, dann kennst du nicht. Das sind No-Names. So, die Frage ist, wen willst du? Kannst natürlich sagen, willst du CDU, SPD, einen der Großen und irgendwie wird es schon passen. Aber manche wollen ja auch vielleicht eine etwas, sagen wir mal, informiertere Wahl treffen. Und da fand ich eigentlich eine ganz schöne Sache, die ein Freund von mir gemacht hat, der Markus Rimmele, der war auch mal im Küchenradio, der war auch mal Korrespondent für die ARD. Aber ist ja der Journalist, ne? Genau, der ist Journalist und der hat sich gesagt, hey, bei mir im Kreuzberg, da wo ich wohne, da befrage ich doch mal die Direktkandidaten der entsprechenden Parteien. Eine Stunde, ja, hat da so ein bisschen eingeladen in so eine Kneipe, da im Görlitzer Park. Und das ist jetzt ja nicht so ein Termin, wo einem, sagen wir mal, vor Aufregung, wo man einen höheren Puls kriegt, ja, wenn man hört, da werden Direktkandidaten eingeladen und befragt. Sogar es ja noch mehrere Abende waren. Ja, das sind noch mehrere Abende und so. Erst die SPD, dann jetzt die Grüne und so. Und jetzt ist Markus Journalist, er hat sich gut vorbereitet, er hat gute Interviews gemacht und so. Und ich fand, das war, wenn man wissen will, was, wen wähle ich denn da? Ja, dann ist das so interessant, sich diese Dinge anzugucken und anzuhören und mit den Leuten persönlich zu reden. Das war nämlich so entlarvend. Ich fand das so ernüchternd und bitter, wie planlos sowohl die Kandidatin von der SPD als auch von den Grünen wirklich auf fundamentale Fragen geantwortet haben. Als wenn sie sie noch nie gehört haben. Als wenn sie sie noch nie gehört haben und völlig planlos, ja. Dann hast du, dann bist du da, kandidierst du in Kreuzberg und dann sollst du irgendwie sagen, wie du die Mieten handhabst. Ein zentrales Problem. Oder wie du damit umgehst, dass Google da hinzieht. Ja, nee, müssen raus. Ja, aber wo soll denn die Wirtschaft hin? Ja, nur nicht hier, weil treibt ja die Mieten. Ach, dann sollen sie in Schöne Weide die Mieten treiben. Ja, nee, keine Ahnung. Völlig planlos, super ernüchternd. Und das war in diesem Fall jetzt sehr extrem ernüchternd. Aber ich kann nur jedem empfehlen, wer wirklich wissen will, wen er wählt, der muss mal mit diesen Leuten reden. Also man muss da nicht mal hingehen. Man muss da hingehen und wie gesagt, Markus macht das jetzt wirklich gut. Und ich glaube, so werden die selten befragt, ja, auch nachgefragt. Und die hat ja gefragt, diese Chainan Bayram von den Grünen. Und sie auf dem linken Flügel, ja, brüllt immer rum und macht irgendwie ein bisschen auf dicke Hose und auch Provokation und Kollegen sollen die Fresse halten. So redet die. Und dann hatte sie gefragt, ja, wenn sie jetzt in den Bundestag gewählt werden und sie sind für eine grünen Fraktion und das deutet sich eine Jamaika-Koalition an, wie angedeutet, ja. Nicht ganz unwahrscheinlich mit Union, FDP und Grünen. Wählen sie dann Frau Merkel. Ja, keine Ahnung. Sehen wir dann. Das geht ja gar nicht, diese Koalition. Ja oder nein. Ja, so kann man sie jetzt nicht festlegen. Die Leute wollen aber wissen, ob wenn sie sie wählen, sie auch dafür sorgen, dass Merkel vielleicht wieder Kanzlerin wird. Ja, das will vielleicht nicht jeder grünen Wähler. Ja, und schon gar nicht jemand, der sie wählt, die sich da als am linken Flügel generiert. Und dann sagt sie, ja, nein und ich halte diese Koalition für gar nicht gut und so. Ja oder nein. Hat sie nicht drauf geantwortet, weißt du. Und da weißt du dann schon so ein bisschen, woher der Wind weht. Ja, und das fand ich extrem interessant. Ich verlinke die Videos. Disclaimer, ich habe sie aufgenommen. Ja, so für Markus. Philipp, das muss man dazu mal kurz sagen, für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht ganz lange dabei sind. Philipp hat nebenbei noch so ein kleines Stream-Team. Genau. Das ist so ein kleines Unternehmen, mit dem er Veranstaltungen überträgt, im Videostream oder teilweise auch nur im Audio. War das jetzt Video oder Audio? Das war Video, Audio. Das war jetzt halt, genau, also weil ich Markus halt kenne und ein echter Freund ist und so. Und wie gesagt, das im Nachhinein auch total interessant war, kann ich das wirklich nur jedem empfehlen, verlinken wir. Also hingehen, Direktkandidaten aufsuchen, befragen und ihr wisst, glaube ich, besser, wen ihr wählt. Wunderbar. Aber zurück zur ersten und zweiten Stimme. Wir wollten euch noch kurz erzählen, wie denn jetzt aus den abgegebenen Stimmen eigentlich der Bundestag zusammengesetzt wird. Da schaut man, wie das natürlich so ist, zuallererst mal ins Grundgesetz, also quasi das zentrale Gesetz unserer Verfassung, dass das quasi so die Spielregeln für das staatliche Zusammenleben aufstellt. Und da ist zentral der Artikel 38 unseres Grundgesetzes. Da heißt es in Absatz 1, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Das sind die sogenannten Wahlrechtsgrundsätze. Allgemein, unmittelbar, kann man sich noch was darunter vorstellen, frei und geheim natürlich auch. Geheim haben wir schon letzte Woche darüber gesprochen, ist bei der Briefwahl möglicherweise ein kleines Problem. Was heißt denn allgemein? Dass alle wählen dürfen. Alle, Frauen und Männer. Frauen und Männer zum Beispiel. Gibt es ja auch unabhängig vom Einkommen und so weiter. Frauenwahlrecht ist jetzt noch nicht mal 100 Jahre alt. Ich glaube 1918 oder so was. Ja, nach dem ersten Weltkrieg. Ich glaube 1919. Also allgemein unmittelbar, also nicht wie mit Wahlmännern in den USA, frei. Ja, dass man also nicht, dass man seine Stimme frei abgeben kann und eben nicht von irgendwem gezwungen wird, Union zu wählen oder die SED-Einheitsliste oder so. Okay, gleich. Das ist der entscheidende Punkt, da kommen wir noch zu, geheim, wie gesagt, haben wir letzte Woche schon besprochen. Der zentrale Punkt ist in der Tat die Gleichheit der Wahl. Damit hat sich das Bundesverfassungsgericht schon viele, viele Male auseinandersetzen müssen. Das ist nämlich auf den ersten Blick ist es ja ganz einfach gleich. Jeder hat eine Stimme oder zwei Stimmen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich banal, aber wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, ist das total kompliziert. Und das Bundesverfassungsgericht hat da insbesondere zwei Aspekte von Gleichheit heraus destilliert. Nämlich zum einen die sogenannte Zählwertgleichheit. Was bedeutet, dass jede Stimme zunächst mal gleich gezählt wird. Eine Stimme gleich einen Strich auf der List. Das ist die Zählwertgleichheit. Aber das ist noch nicht alles. Es soll auch daneben gewährleistet sein, die sogenannte Erfolgswertgleichheit. Das heißt, jede Stimme muss tatsächlich auch den gleichen Einfluss haben auf das Wahlergebnis. Also muss die gleiche Chance haben, Erfolg zu haben. Das nennt das Bundesverfassungsgericht Erfolgswertgleichheit. Und das sind, wie gesagt, die beiden Gleichheitsgrundsätze, die jedes Wahlsystem umsetzen muss. Das Grundgesetz schreibt nicht vor, wie eine Wahl grundsätzlich abzulaufen hat. Da gibt es eben nur diese Wahlrechtsgrundsätze. Die Details sind dann geregelt im Bundeswahlgesetz. Und darauf gehen dann noch Verordnungen zurück und so. Das Bundesverfassungsgericht ist da relativ großzügig und sagt, da kann der Gesetzgeber einiges regeln. Aber die Gleichheit der Wahl muss gewährleistet sein. Und das ist bei dem Wahlsystem, das wir haben, also mit zwei Stimmen. Zweitstimme, die eigentlich das Verhältnis der Parteien im Bundestag, das Kräfteverhältnis der Parteien im Bundestag festlegt. Und der Erststimme, die eigentlich nur so ein persönliches Element hinzufügen soll, ist das nämlich gar nicht so einfach. Weil mit der Zweitstimme, das muss man dazu sagen, wenn wir hier über Umfragen zum Beispiel reden und sagen 7,5 für die Grünen und 37 für die Union. Das ist das, was mit Zweitstimme generiert wird. Weil eigentlich nur die Zweitstimme einen Einfluss darauf haben soll, welche Partei wie viele Menschen im Parlament hat. Und die Erststimme soll eigentlich nur das so ein bisschen personalisieren. Denn die Zweitstimmen werden, oder ich muss vielleicht kurz erklären, wie denn eigentlich aus diesen ermittelten Stimmabgaben dann tatsächlich die Leute ermittelt werden, die dann im Parlament sitzen. Das geht folgendermaßen. Zuallererst zählt man mal aus für jede Partei, wie viele Stimmen bundesweit abgegeben worden sind. Da kommt dann dieses Prozente-Verhältnis dabei raus, dass in der Wahlnacht so entscheidend ist. Es gibt 100 Stimmen und meinetwegen jetzt ein bisschen, ne? 100 Stimmen gibt es insgesamt, die abgegeben werden. Genau, und davon haben die so und so viel Prozent und so und so viel Prozent. Genau. So, und dann werden zunächst mal die 598 regulären Sitze, die es im Bundestag gibt, nach dem Verhältnis der Zweitstimmen aufgeteilt auf die Parteien. So, dann hast du eine bestimmte Nummer oder eine bestimmte Zahl an Mandaten für jede Partei. Okay, dann werden diese Mandate pro Partei verteilt auf die Landeslisten. Es gibt ja keine bundesweiten einheitlichen Listen, sondern es gibt für jede Partei Landeslisten. Die stellt sich das selber auf. Die Berliner SPD macht einen Wahlparteitag und dann sagt sie, okay, wer will denn, dann wird gewählt, wer auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 bis X auf diese Landeslisten kommt. Und wer ganz oben ist, hat halt die größten Chancen, in den Bundestag zu kommen und wer auf Platz 50 ist, eher nicht. Genau, und jetzt um mal so ein kleines plastisches Beispiel zu bilden, stellen wir uns mal vor, bei der Bundestagswahl kommt raus, die CDU kriegt im neuen deutschen Bundestag 300 Mandate. Ja, weil sie nach den Zweitstimmen irgendwie, da müsste sie über 50 Prozent kriegen. Aber einfach nur, um ein Rechenbeispiel zu haben, über 300 Mandate oder auf dem Kopf 300 Mandate. Das wäre so das erste Ergebnis, da der proportionalen Verteilung, Union, 300 Mandate, die anderen Parteien dann entsprechend weniger. Dann würde man im zweiten Schritt gucken, die Landeslisten, die 16, die es gibt, wie viele Mandate bekommt jeweils jede CDU-Landesliste? Schieben wir mal von aus, keine Ahnung. Die Berliner Landesliste bekommt dann vielleicht vier. Weil in Berlin so viele Stimmen abgegeben wurden? Das geht in der Tat nach dem Verhältnis der Zweitstimmen in den Ländern. Das ist super kompliziert, will ich nicht drauf eingehen. Ja, aber im Prinzip geht das so. Nach dem Verhältnis der Zweitstimmen werden also die Mandate, die eine Partei bundesweit errungen hat, dann zunächst mal auf die Landeslisten verteilt. Und dann könnte man ja sagen, jetzt nimmt man einfach die Leute von der Landesliste und schickt die ins Parlament. Und jetzt kommt aber die Erststimme so ein bisschen dazwischen. Man hat ja bei den Erststimmen dann schon Sieger in allen 299 Wahlkreisen. Wie gesagt, es gibt 598 reguläre Mandate im Bundestag, die Hälfte davon. 299 werden über die Erststimmen in den Wahlkreisen ermittelt. Das heißt, dann weiß man zum Beispiel Union in Berlin 4 Mandate und dann zieht man ab die Direktkandidaten, die die Union durchgebracht hat. In Berlin normalerweise, ich glaube, so ein oder zwei. Da haben wir dann kein Problem. Dann nimmt man, wie gesagt, Rechenbeispiel 4 Mandate, davon vielleicht 2 Direktkandidaten. Ja, dann sind 2 schon weg. Ganz langsam, die Union darf aus Berlin 4 Leute in ihre Bundestagsfraktion schicken. Genau, das ist auf der Grundlage der Zweitstimmen. Der Zweitstimmen, weil sie aber in Berlin auch 2 Wahlkreise gewonnen hat. Gewonnen hat, direkt. Mit der Erststimme. Die müssen rein, diese Leute. Die müssen rein, weil sie direkt gewählt wurden. Also dann hat sie noch 2 Plätze frei. Und damit ziehen die ersten beiden Plätze der Landesliste. Und damit ziehen die ersten beiden Plätze der Landesliste. So funktioniert das. Also, im Prinzip geht es immer nach der Zweitstimme. Mandate bundesweit, Mandate im Land. Und dann kommen allerdings zunächst mal die beiden Direktkandidaten rein. Die sind halt gewählt, die müssen rein. Und dann wird von der Landesliste aufgefüllt, wenn quasi noch Plätze frei sind. Und jetzt ist das große Problem. In manchen Situationen ist es nämlich so, dass eine Partei nach Zweitstimmen weniger Mandate erringt, als sie überhaupt zustehen nach den Erststimmen. Beispiel, stellen wir uns vor, die Union dürfte aus Berlin, nach dem Ergebnis der Zweitstimmen, ist natürlich jetzt völlig hypothetisch. Wenn sie völlig abgestürzt wäre, hätte sie nur 3 Mandate errungen. Sie hätte aber aus irgendeinem Grunde 5 Mandate direkt gewonnen. In Berlin. In Berlin, ja, alles völlig hypothetisch. Aber nur um das Rechenbeispiel zu machen. Dann hätten wir das große Problem, dass die Union quasi 2 Leute mehr schon durch die Direktmandate im Bundestag hat, als sie nach den Zweitstimmen zustehen. Man kann jetzt bei diesen 5 Leuten nicht entscheiden, wer von den 5 kriegt jetzt irgendwie kein Mandat. Wie du sagst, Philipp, die sind direkt gewählt. Die müssen rein. Damit hat man aber ein Problem, weil mit einem Mal nämlich dann die Erststimmen auch Einfluss gewinnen auf die Kräfteverteilung, weil die Union aus Berlin dann 2 Leute zu viel in den Bundestag schickt. Und damit würde die CDU-Fraktion 2 Leute größer, als es ihr eigentlich zusteht. Und der Bundestag würde anwachsen von 598 auf 600 Leute. Und das Problem dabei ist, wenn das jetzt nur 1, 2, 3 Mandate sind, ist das bei rund 600 Leuten im Bundestag vielleicht nicht so dramatisch. Kann aber natürlich schon reichen für die Mehrheit im Bundestag. Es gab sogar mal die Situation, wo das beinahe so gekommen wäre. Richtig problematisch wird es aber, wenn das dann viele sind. Also man nennt diese Mandate, wenn eine Partei mehr Leute über die Direktmandate schon reinbekommt, als sie nach den Zweitstimmen eigentlich zustehen, nennt man Überhangmandate. Dann diese Direktmandate, die dann eben zu viel sind, sind sogenannte Überhangmandate. Und wenn das viele werden, das sind also bei bestimmten Bundestagswahlen eben schon zweistellige Zahlen gewesen, 16 zum Beispiel gab es mal einmal, dann wird es irgendwann richtig heikel. Und das Bundesverfassungsgericht hat keine ganz harte Grenze festgelegt, hat aber in einer Entscheidung darauf hingewiesen, dass jedenfalls so etwa bei 15 Überhangmandaten ohne Ausgleich für die anderen Parteien es ein Problem ist. Denn wie gesagt, eigentlich sollen nur die Zweitstimmen das Kräfteverhältnis der Parteien bestimmen. Die Überhangmandate verschieben aber leicht, aber könnte auch mal schlimmer kommen, das Kräfteverhältnis der Parteien. Und weil das Bundesverfassungsgericht da eben sehr genau hingeguckt hat und 2012 eine Wahlrechtsreform sogar wieder gekippt hat, die Union und FDP gemeinsam beschlossen hatten, hat man sich jetzt entschieden, eine quasi grundsätzliche Lösung dieses Problems der Überhangmandate zu finden, indem man den anderen Parteien entsprechend Ausgleichsmandate gewährt. Das heißt also, wenn die Union, um in diesem Beispiel zu bleiben, zwei Überhangmandate bekommt, dann würden die anderen Parteien auch zusätzliche Mandate bekommen, so damit unter dem Strich das Kräfteverhältnis im Bundestag wieder so ist, wie es die Zweitstimmen angeht. Und die würden sie aber, diese Ausgleichsmandate würden sie aus den jeweiligen Listen bestücken. Genau, die werden dann aus den Listen bestückt. Ganz genau, dann wird einfach quasi der Bundestag so lange größer gemacht quasi, bis das Kräfteverhältnis wieder hergestellt ist, so wie es nach den Zweitstimmen war. Genau, und deswegen ist auch dieser Bundestag zum Beispiel deutlich größer als die 598 eigentlich vorgesehenen Mandate, weil es auch hier eine ganze Reihe Überhang- und Ausgleichsmandate gab. Genau, das bei der Gelegenheit mal, das ist ziemlich kompliziert, wenn man ehrlich ist mit diesen ganzen Mandatsberechnungen, aber ich dachte, das ist eine schöne Gelegenheit, das nochmal zu erklären, weil wir mit Sicherheit auch im neuen Bundestag wieder Überhangmandate bekommen werden. Man kann auch vermelden, vielleicht ganz kurz, zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, CITES wurde eingeweiht vom Innenminister, eine Behörde, 400 Leute haben wir hier oft kritisiert, weil eben das so eine Behörde ist, die damit befasst ist, letztlich auch Krypto zu knacken und Lücken zu finden und zu horten. Und das sozusagen auch ein Widerspruch ist zu dieser Digitalstrategie der Bundesregierung, wo es immer heißt, ja wir wollen Kryptoland werden und das soll alles verschlüsselt werden und Verschlüsselung ist ganz groß. Und auf der anderen Seite gibt es eine Behörde, die eigentlich auch dafür zuständig ist, eigentlich Krypto kaputt zu machen. Genau, das ist, wenn man ehrlich ist, einfach eine sehr widersprüchliche Digitalstrategie. Einerseits sagt man starke Verschlüsselung, schafft dann aber eine Behörde, die im Grunde die Aufgabe hat, Sicherheitslücken zu sammeln, um sie gegebenenfalls ausnutzen zu können, um Geräte zu knacken. Das haben wir in der Lage aber schon verschiedentlich diskutiert. Deswegen wollte ich nur melden, dass das jetzt eröffnet ist und dass das nicht irgendwie im Orkus verschwunden ist, sondern das Ding gibt es und ist jetzt eröffnet worden. Genau, und interessanterweise, also wenn wir das schon ansprechen, es gibt kein Gesetz dafür. Also es gibt ja nur Haushaltsmittel dafür, aber es gibt keine Rechtsgrundlage für die Arbeit dieser Behörde. Das heißt also, jedenfalls keine eigene Rechtsgrundlage, die müssen dann halt sich immer so die Rechtsgrundlagen aus den Gesetzen zum Beispiel über das BKA zusammensuchen. Aber das Sammeln von Sicherheitslücken als solches, da gibt es keine Grundlage für. Eine gute Nachricht gibt es, die haben riesen Nachwuchsprobleme. Also wer ein halbwegs ehrlicher Hacker ist, will halt einfach nicht für diese Behörde arbeiten. Und dabei sollte es auch bleiben, liebe Leute. Also ganz ehrlich, ja, also das finde ich immer so erfreulich, dass wir in Deutschland eine Hackerkultur haben, die von Größen, im Größensohn von großer Ethik gekennzeichnet ist. Das ist in den Vereinigten Staaten so ein bisschen anders. Aber in Deutschland sind die allermeisten Leute, die sich mit IT-Security beschäftigen, insbesondere über den CCC würde ich sagen, sehr früh sensibilisiert worden dafür, dass, wie heißt das so schön, mit viel Macht auch viel Verantwortung kommt. Wenn man sich also mit Hacken auskennt, mit Hacking von Rechnern auskennt, dann sollte man sich sehr viel Gedanken machen darüber, was ein ethischer Hack ist und was nicht. Und, wie gesagt, systematisch die Sicherheit aller Menschen zu unterminieren, indem man Sicherheitslücken hortet und nicht an die Hersteller meldet, das ist aus meiner Sicht jedenfalls unethisch. Air Berlin ist pleite. Und zwar nicht erst seit gestern. Ich bin ja neulich mal mit Air Berlin nach Budapest geflogen. Und ich kann nur sagen, das war eine echte Katastrophe. Sie haben, also mein Koffer kam halt nicht mit. Und dann, irgendwie ein, zwei Tage später, bekam ich einen Anruf, ihr Koffer ist da, sie können sich den jetzt abholen. Und normalerweise ist es ja so, dass diese zu spät kommenden Koffer in ein Taxi geladen werden, dann kriegt man die ins Hotel geliefert oder so. Aber da nicht. Ja, da musste ich zum Flughafen zurückfahren, meinen Koffer abholen, Begründung, Air Berlin ist pleite und zahlt die Liefergebühren nicht. Ja, also das ist wirklich ganz übel. Da haben jetzt auch die Piloten ja einfach mal so 200 oder was gesagt. Krank. Das ist Betrug. Also, ist es Betrug? Also, sie dürfen... Nein, es ist kein Betrug. Ja, doch, wohl doch. Ja, doch, klar. Also, ich meine, wenn du dich krank meldest und auch ein Attest besorgst, aber du eigentlich gar nicht krank bist. Ja. So, ne? Und, ähm, die... So, also, da ist, da gibt es irgendwie kein Halten mehr. Wir haben das letzte Woche schon angesprochen, wir haben das jetzt diese Woche verschoben, weil heute 14 Uhr die Angebotsfrist endete. Also, wir müssen dazu ein bisschen was sagen. Insolvenz heißt eigentlich, du bist nicht mehr zahlungsfähig. Also, du kannst deine Verbindlichkeit nicht mehr bedienen. Es gibt da mehrere Gründe, warum man auch Insolvenz anmelden muss dann. Du bist zahlungsunfähig oder demnächst zahlungsunfähig oder du bist halt überschuldet. Aber es läuft alles so ein bisschen darauf hinaus. Du schuldest jemandem Geld und du kannst es einfach nicht mehr zahlen. Du kannst auch keine Kredite mehr aufnehmen. Du kannst einfach kein Geld mehr auftreiben. Du kannst das nicht mehr bedienen. Du bist halt einfach pleite. Und das bedeutet dann im Kurzverfahren, da wird sozusagen, da meldest du Insolvenz an beim Amtsgericht und der Richter besorgt einen Insolvenzverwalter. Der prüft das dann wahrscheinlich, ob die Gründe da sind. Aber dann gibt es einen Insolvenzverwalter. Das finde ich auch irgendwie so relativ shady. Das müsste man ja auch nochmal reingucken. Weil mein Eindruck ist, das ist ein mächtiger Posten. Und der wird aber dann so ein bisschen freihändig vergeben, glaube ich, von den Richtern auch. Sie kennen sich dann so. Und dann hat man mit dem schon mal zusammengearbeitet und dem zusammengearbeitet. Das sind dann meistens Juristen. Und die werden dann vom Gericht anhand und sagen, du bist jetzt Insolvenzverwalter. Und im Prinzip hat der das Zepter in der Hand. Sind in der Regel Anwälte. Sind in der Regel Anwälte. Und im Prinzip hat der jetzt bei Air Berlin das Zepter in der Hand. Die Geschäftsführung, glaube ich, ist da jetzt relativ machtlos. Sondern der Typ sagt, wohin es geht. Begleitet wird das Ganze von einer Gläubigerversammlung oder einem Gläubigerausschuss, der dann anhand wird. Und das sind sozusagen die Gläubiger, also die wichtigsten Personen oder Firmen, die eigentlich von Air Berlin noch Geld haben wollen. Genau. Das ist nämlich ein zentraler Aspekt in diesem Insolvenzverfahren, dass die sogenannten Gläubiger, also die Menschen, die noch Geld zu kriegen haben oder die Firmen, ihre Forderung anmelden müssen. Also im Teil des Insolvenzverfahrens ist, dass die Forderungen angemeldet werden müssen. Und dann, jedenfalls wenn das Unternehmen abgewickelt werden soll, dann wird quasi ein Strich drunter gemacht. Dann schaut man, was ist noch an Werten da. Irgendwelche Vermögenswerte werden auch verkauft. Und dann irgendwann macht man einen Kassensturz und dann wird eine Quote errechnet. Ja, stellen wir uns vor, eine Million Forderungen sind angemeldet. Der Kassensturz hat ergeben, 100.000 sind da. Dann wäre die Insolvenzquote 10 Prozent. Das wäre schon relativ gut. Meistens sind die Quoten viel niedriger. Und jeder, der kriegt dann von seinen Forderungen 10 Prozent. Genau. Es gibt dann wiederum Ausnahmen. Das ist also die ganz grobe Linie im Insolvenzverfahren. Es gibt Ausnahmen. Es gibt sozusagen nämlich quasi privilegierte Forderungen, die zunächst mal beglichen werden müssen und so. Aber das ist so die Grundregel, dass alle Forderungen angemeldet werden. Dann werden die Aktiva gesammelt und dann wird eine Quote errechnet und die Forderungen zum Teil erfüllt. Genau. Und jetzt sind wir sozusagen in diesem Ding. Berlin macht jeden Tag oder war es jeden Monat 5 Millionen Verluste? Ich glaube jeden Tag. Jeden Tag 5 Millionen Euro Verlust. Verfliegen die halt, kommt nicht wieder rein. Und jetzt ist sozusagen die Frage gewesen, was, wo, also Gläubiger haben gesagt, wir kriegen noch Geld. Und der Insolvenzhalter geguckt, ja, okay, was haben wir denn hier noch an Werten? Und wie können wir denn jetzt daraus Geld machen, um die Gläubiger auch zu bezahlen? Genau. Also man muss dazu sagen, das Insolvenzverfahren ist reformiert worden vor, ich glaube, 10, 15 Jahren. Und die Idee ist jetzt eben nicht mehr nur der Kassensturz, sondern eigentlich soll das Insolvenzverfahren, oder dieser Kassensturz ist quasi so die Notlösung, wenn nichts mehr geht, eigentlich soll das Insolvenzverfahren idealerweise dazu führen, dass ein Unternehmen fortgeführt werden kann. Das heißt also, der Insolvenzverwalter hat zunächst mal auch die Aufgabe, wenn es irgendwie geht, dazu zu sorgen, dass das Unternehmen zum Beispiel verkauft werden kann und dann eben Altschulden übernommen werden und der Weiterbetrieb ermöglicht ist. Deswegen führt die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zum Beispiel auch nicht mehr dazu, dass man jetzt sofort den Geschäftsbetrieb einstellen muss. Das hat man bei AirBerlin ja auch gesehen. Die haben ja zwar das Insolvenzverfahren beantragt, aber sind ja zunächst mal weitergeflogen. Das ist jetzt nicht mehr so zwingend quasi der Tod des Unternehmens. Und jetzt war also sozusagen das Ende des Bieterverfahrens, das heißt, es wurden bestimmte Werte festgestellt, wo Leute sagen konnten, ha, das hätten wir gern, wir hätten gern einen Teil von AirBerlin. Und worum geht es da im Prinzip? Das sind ja auch diese 144 geleasten Fahrtflugzeuge, also die haben auf Zeit gemietet, AirBerlin. Es gibt natürlich die Mitarbeiter, die 8000, aber vor allem geht es um diese Start- und Landerechte. 250.000 sind das insgesamt, also Starts und Landungen, die die machen dürfen, Deutschland und glaube ich sogar weltweit. In Berlin, Tegel gehört quasi AirBerlin, die Hälfte dieser begehrten Landesslots, über die Hälfte glaube ich sogar. Und darüber hinaus gibt es halt noch 160.000 weitere und die sind halt extrem begehrt, ja, bei allen Fluggesellschaften, weil die halt begrenzt sind. Luftverkehr in Europa, Platz aus allen Nähten, alle wollen gerne morgens um 7 oder 8 irgendwie aus Berlin abfliegen oder aus Düsseldorf abfliegen oder nochmal abends um 17 Uhr in München landen. Das ist aber begrenzt, weil es gibt nur x Landebahnen und es ist einfach begrenzt und deswegen wollen aber alle, alle diese Slots haben. So ein bisschen wie so eine Baugenehmigung, also ohne so einen Slot, ohne so ein Start- und Landerecht kommst du halt einfach nicht weiter. Und das Problem dabei ist, dass die eben nicht so frei handelbar sind, diese Slots. Das heißt also, man kann jetzt nicht einfach quasi bei AirBerlin die Lichter ausmachen und die Slots aus der Insolvenzmasse verkaufen oder versteigern. Das wäre zum Beispiel eine Idee, das könnte sogar sein, dass da eine Menge Geld zusammenkommt. Ja, es gibt für einige Slots in Heathrow und so, haben sich Fluggesellschaften nur für morgens starten, abends landen, haben die 70, 75 Millionen Euro gezahlt. Überdeck mal, ne? Also grundsätzlich wäre theoretisch eine Idee gewesen, man verkauft einfach die ganzen Slots und die ganzen Flugzeuge und keine Ahnung, was sonst noch so da ist und hofft, dass es hinterher Plus macht. Aber das funktioniert nicht, weil die eben nicht so ohne weiteres handelbar sind, diese Slots. England, also Großbritannien hat sich nicht dran gehalten, deswegen ging das in Heathrow. Ach so, aber eigentlich ist EU-Recht, eigentlich ist es nicht möglich und deswegen wird es aber trotzdem gemacht, insofern, als dass du eine Tochtergesellschaft gründest, du schiebst halt diese Slots rüber in deine Tochtergesellschaft und verkaufst die Tochtergesellschaft. Klar, das sind so die Tricks, wie man alles mögliche umgehen kann, aber jedenfalls ist der Gag, sage ich jetzt mal, bei diesem Insolvenzverfahren von AirBerlin, dass eigentlich versucht werden soll, das Unternehmen nicht abzuwickeln und dann alles, was noch so da ist, irgendwie in die Winde zu zerstreuen, sondern die Idee ist, das Unternehmen möglichst en bloc oder in großen Teilgesellschaften zu verkaufen, weil dann eben die Slots in diesen Teilgesellschaften drin bleiben, weil dann aber auch die Maschinen und die Mitarbeiter in diesen Teilgesellschaften bleiben. Genau und das große Asset sozusagen, was für die Mitarbeiter spricht und was so ein bisschen dafür spricht, dass es in großen Teilen verkauft wird, ist also diese sogenannte 80%-Regel. Das heißt, wenn du einen Slot besitzt, ja, dann wird der sozusagen immer weiter vererbt eigentlich. Du hast jedes Jahr, du hast den Slot noch, ja, okay, willst du ihn wieder haben, ja, okay, kriegst du. Wird immer weitergemacht unter der Voraussetzung, dass du ihn zu 80% der gegebenen Zeit nutzt. Das heißt, wenn du ihn weniger nutzt, dann wird er wieder frei und ein Jahr später quasi neu vergeben. Das ist das Worst Case. Das ist das Worst Case. Das willst du auf keinen Fall als Fluggesellschaft. Um also aber diese begehrten Slots zu bekommen und sie dann auch zu behalten, musst du fliegen. Und zwar mehr oder weniger sofort und mit sehr viel Maschinen und sehr viel Personal. Ja, und das ist die große Hoffnung der Air Berlin Angestellten, dass gesagt wird, okay, wenn jemand die Slots haben will, dann muss er sich sofort bedienen. Dazu braucht er viele Flugzeuge, dazu braucht er viel Personal. Und deswegen werden viele der Beschäftigten wahrscheinlich zu diesem neuen Käufer, wer immer das auch ist, rüberwandern. Wahrscheinlich aber zu schlechteren Bedingungen. Das ist genau das Risiko. Und die Piloten, ich habe mal ein paar gesprochen, die haben immer schon gesagt, wir wollen von Lufthansa gekauft werden. Weil das halt so eine Art Premium Airline ist mit vernünftigen Konditionen für die Mitarbeiter. Bei Ryanair, glaube ich, habe ich nur gehört, sind die zum Teil nicht mal fest angestellt, die Piloten, sondern so Freelance-mäßig unterwegs. Genau, und das ist nämlich genau der Punkt. In der letzten Woche hatten wir das auch schon so ein bisschen recherchiert. Ryanair war eine Weile mal eingestiegen in dieses Bieterverfahren, hatte sogar angeboten, wenn ich es richtig verstanden habe, Air Berlin im Ganzen zu übernehmen. Aber da hat sich sofort Michael Müller, der Berliner regierende Bürgermeister, also quasi der Ministerpräsident von Berlin, direkt dagegen ausgesprochen, weil er sagte, das sind dann im Grunde so Mac-Jobs. Da werden also keine Sozialstandards eingehalten. Der wollte Ryanair auf gar keinen Fall als Käufer von Air Berlin. Und gut, ich meine, gegen die Politik sich da zu stellen, wäre für den Insolvenzverwalter vermutlich schwierig. Ja, dieser Aspekt ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen unklar. Also A, dass sich die Politik da überhaupt einmischt und B, dass sie so viel Einfluss hat. Also auch Brigitte Zypris, Wirtschaftsministerin und Dobrindt, Verkehrsminister, haben ganz klar gesagt, Lufthansa soll es sein. Genau, das ist sehr deutlich. Es gibt so eine ganz klare politische Vorfestlegung auf die Lufthansa und das, obwohl die Lufthansa als übernehmendes Unternehmen ja durchaus nicht konkurrenzlos ist. Es gibt eine ganze Palette von denkbaren Investoren. Zum Beispiel gibt es den chinesischen Investor Jonathan Pang, der mit seiner Firma Link Global schon den Flughafen in Parchim übernommen hat. Das heißt, er hat immerhin schon so ein bisschen was zu tun mit dem deutschen Luftverkehr. Ja, der wollte das in 20 Jahren zu einem Drehkreuz ausbauen, aber nach zehn Jahren ist da noch nicht ein Passagierflugzeug geflogen. Also sein Track-Rekord ist da überschaubar. Besser läuft es allerdings schon beim Unternehmer Hans-Rudolf Wörl aus Bayern. Möbel, Möbelmensch, ne? Ursprünglich ein Möbelmensch, hat da mit, genau, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit einem Möbelhaus eine ganze Menge Geld verdient, betreibt heute die deutsche BA. Nee, die gehört nicht mehr ihm, die hat er, glaube ich, verkauft, aber die hat er mal profitabel betrieben. Also der hat schon Erfahrung damit einfach. Er hat allerdings ein etwas merkwürdiges Angebot vorgelegt, so nach dem Motto, ich zahle mal 50 Millionen, zahle ich mal jetzt. Und 450 Millionen für die ganzen Flugzeuge, die zahle ich, wenn ich Erfolg habe. Und da gibt es noch eine Reihe weiterer Angebote. Wie gesagt, die Lufthansa ist ganz groß im Geschäft und Konkurrent der Lufthansa EasyJet. Möchte in Europa expandieren, hat natürlich das große Problem als britische Gesellschaft, dass sie mit dem Brexit, wie soll ich sagen, jetzt nicht gerade eine stärkere Position haben im europäischen Konzert. Und möchte deswegen jetzt quasi retten, was zu retten ist, solange der Brexit noch nicht vollzogen ist. Genau, die haben, glaube ich, in Österreich auch so eine EasyJet Europe GmbH gegründet, um eben hier ein Standbein zu haben und im Fall eines harten Brexits auch weiter Flüge anzubieten zu können. Aber die wollen halt nach Deutschland, die sind heiß auf diese Slots. Ja, und die Frage ist jetzt, weiß ich nicht, ob sie ein Angebot vorgelegt haben. Ich glaube schon. Sie sind, glaube ich, eher vor allen Dingen heiß auf so alles, was von und nach Düsseldorf geht. Lufthansa ist da gut aufgestellt. Also da gibt es so ganz gute Chancen. Aber Lufthansa will EasyJet, wenn nicht komplett raushalten, so doch mindestens klein halten. Genau, und das ist jetzt letztlich die spannende Frage, ob dieser Wettstreit der Konkurrenten dazu führt, dass relativ gute Angebote gemacht werden für diese Teile von Air Berlin. Aber es ist jedenfalls noch nicht raus, was passiert. Es ist auch noch möglich, dass das Unternehmen total vor die Wand fährt. Also es ist ja schon in extreme Turbulenzen geraten. Die Langstreckenflüge sind ab Ende September erstmal alle gecancelt. Insofern, es wird absolut spannend, was jetzt aus Air Berlin wird. Die zentrale Frage ist eben die Komplettübernahme, wo es mehrere Interessenten gibt. Oder wird Air Berlin letztlich in Teilen übernommen? Ja, aber die Frage ist halt auch, man könnte ja sagen, na gut, bis heute 14 Uhr lagen halt die Angebote vor. Der Insolvenzverwalter und Gläubiger Ausschuss, die gucken die sich jetzt an und wollen einen Tag nach der Bundestagswahl dann bekannt geben, wer das Baby denn jetzt gekauft hat. Da gibt es aber Ryanair zum Beispiel oder auch andere Konkurrenten, die sagen, ja, das wäre ja schön, wenn es da nach reinen wirtschaftlichen Kriterien abginge. Aber durch diese Einflussnahme der Politik vermuten eben viele und haben den auch Verdacht, auch wie der Gläubigerausschuss zusammengesetzt ist, dass es da eben auch nach politischen Motiven geht. Ja, und wenn es dann eben heißt, Lufthansa soll es werden, Lufthansa soll es werden, dann ist es am Ende vielleicht doch die Lufthansa, die auch einen hohen Preis zahlt, um die Konkurrenz rauszuhalten. Und dann aber auf bestimmten Strecken, so wie das in der Vergangenheit auch schon passiert ist, wenn es dann auf einmal der Monopolist ist, dann eben die Preise steigen. Ja, weil wenn die Lufthansa Berlin übernimmt, dann gibt es in ganz vielen Strecken in Deutschland nur noch eine Luftlinie und das ist keine Konkurrenz. Und das wäre scheiße. Und das sagt ja auch der Ryanair-Chef, also er wettert gegen das abgekartete Spiel, was natürlich aus der Perspektive seines Unternehmens klar ist, weil man, wie gesagt, Michael Müller insbesondere sich so deutlich gegen Ryanair positioniert hat. Aber er bringt eben auch das Interesse der Passagiere ins Spiel, die natürlich eigentlich möglichst wenig bezahlen wollen, möglichst viel Auswahl haben wollen. Und also diesem Ziel dient eine Übernahme durch die Lufthansa sehr wahrscheinlich nicht. Sehr wahrscheinlich nicht. Niki Lauda ist auch noch im Spiel, der gilt so ein bisschen als der mit den stärksten Partnern, also hier Thomas Cook und diese Ferienfluggesellschaft von Thomas Cook Condor. Und Niki Lauda hat ja auch schon, Lauda R. und Niki gehabt, zwei Fluggesellschaften, die er dann auch ausgerechnet an Berlin zumindest die eine verkauft hat. Und also er gilt so jemand erfahren, der hat das schon praktiziert, der hat starke Partner, der hat Geld im Hintergrund und der gilt halt als so jemand, der da vielleicht wirklich ein Konkurrenzunternehmen aufziehen könnte. Und ich finde, er hat eine wichtige Prämisse ausgegeben, nicht zu groß werden, nicht zu groß werden, weil das war der Fehler von Air Berlin. Die sind expandiert bis dort hinaus und jetzt sind sie geplatzt. Und ich finde sozusagen eine kleine, gesunde, gute Airline da aufzubauen, die halt so Ferienziele anfliegt, wie ihm das vorschwebt, das klingt für mich als bekannten Luftfahrtexperten, der schon seit 25 Jahren die Branche analysiert, für ein total schlüssiges Konzept. Sehr schön. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen zum Schluss kommen, weil ich noch ein bisschen reisen muss heute Abend. Ich bin eingeladen auf einer Veranstaltung. Insofern, ganz kurz, kurz noch Feedback. Nee, nee, geht nicht mehr, Feedback machen wir andermal. Das eilt nicht, wir danken immer für euer Feedback, das können wir jetzt nur mal abstrakt sagen, wir können aber leider nicht mehr, nicht mehr darauf eingehen dieses Mal. Trotzdem herzlichen Dank, insbesondere bitte, 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 nicht auf Twitter und schon mal gar nicht per DM, wir können nicht zehntausende von Twitter-Nachrichten beackern, bitte, bitte, bitte kommentiert bei uns im Blog. Da haben alle was davon und dann häufig bekommt ihr auch schon Antworten auf eure Ideen, die wir niemals schreiben könnten, weil wir das einfach schon zeitlich nicht schaffen. In diesem Sinne, die Lage der Nation ist fast abschließend erörtert. Fast abschließend? Fast abschließend, weil wir müssen noch klären, wie spricht man Seoul aus? Seoul. Seoul. Wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Ich meine ja, dass du das gesagt hättest. Ich hab wahrscheinlich immer Seoul gesagt. War ein Hinweis aus fachkundigen Kreisen, der uns als Aufnahme einer echten, glaube ich, Südkoreanerin zugeschickt wurde. Ganz herzlichen Dank dafür. Großartig. Und damit verabschieden wir euch ins Wochenende, bleibt uns gewogen, schließt ein Abo ab und wir hören uns nicht mehr vor der Bundestagswahl. So ist es. Wir hören uns erst am Dienstag nach der Bundestagswahl. Genau, die nächste Lage ist die Lage live am 26. September bei Wikimedia. Leider schon ausverkauft, aber es wird jedenfalls für die Plus-Kundinnen und Kunden ein Stream geben. Wir freuen uns auf die Diskussionen und in diesem Sinne kann man eigentlich nur noch sagen, geht wählen. Geht wählen. Geht wählen. Schlecht allen in den Hintern, die ihr kennt, geht wählen. Wählen, wählen, wählen. Und schleppt jeden dahin. Genau. Geht dahin. Und nicht, dass ihr mir ankommt und sagt, ging nicht. Zur Not halt Briefwahl. Genau, zur Not halt Briefwahl. Wir wissen, nicht geil, aber besser als gar nicht wählen. Immer dran denken, was hast du getan, als zum ersten Mal die Nazis in den Bundestag einzogen. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Bis bald. Ciao. Ciao.